Die Baureihe Skoda 418 420 421 bestand aus unterschiedlichen Kleinwagen des tschechoslowakischen Hersteller Skoda. Alle Modelle hatten Karosserien aus einer Holz-Stahl-Mischkonstruktion. 1935 entstanden Sportwagen genannt Skoda 418 421 Popularsport Monte Carlo. Die Motoren hatten 1385 Kubikzentimeter Hubraum und leisteten 36 PS. Dies reichte für eine Geschwindigkeit von bis zu 120 Stundenkilometern. Es wurden nur 2 Roadster mit 870 Kilogramm Leergewicht gebaut. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020